Ja Leute, da sind wir wieder zurück mit dem zweiten Teil auf der Fahrt nach Freiburg. Wir haben noch 52 Kilometer von uns zu schaffen an dem Erfolg. Wir hoffen hier im Grunde ein Zeichen halten, damit wir uns nichts haben. Weißens war alles Bahn-Dreieck, Bahnweste, Brüder-Schein, Fahrzeug-Schein, Allbahnanstalter, Hauptgraf Auge, und wir hoffen alle, konnten nicht mehr meckern. So, einmal hab ich geguckt. Wir fahren hier drauf und fahren jetzt mit 47, 488 Kilometer jetzt durch, wahrscheinlich auch. Wir haben es seit 7 Uhr und wir haben eine Glocke bis ein paar Schritte Zeit. So, da handelt es sich jetzt ja im Grunde erst, wenn wir fahren 50 Kilometer Zeit. Hm, hm. So. So und gleich werde ich nicht ändern. Ich habe jetzt zu sehen. Ich habe jetzt den Bus nicht vergessen. So, hm. So, hm. So. So, hm. So, hm. Ich möchte mich an die Schwimmigkeitshalter einsetzen, weil vielleicht ja vor ein Tunnel kommt Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja schon mal die Fahrt von Augsburg nach Freiburg gemacht Ups, da war es ja so, wir haben ja schon Tunnel gesehen Oh, komm, ich mach kurz mal was Ähm, da hatten ja Tunnel gesehen, da macht das jetzt keinen Sinn Komm, kurz, ich kann das mal machen Wir können mal den Halter einsetzen, dann wird raus machen was Na, komm, kurz machen was Kurz kann was machen 189 Kilometer Schaffung noch locker vorne, 153 Kilometer, 129 Kilometer ist immer da. Das muss man ablansen. So, ich wollte noch über 20 Kilometer haben, das soll in Ordnung sein, das liegt zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Aus A80 waren natürlich ein bisschen schneller. So, jetzt gehen wir an der Fahrgast. Bei dem Halberpumpen, jetzt soll er wieder einfahren. Und fangen wir schon mit 1, was du immer angeschaut hast. Okay, ich nehme mal kurz, wenn wir das packen. Ja, das ist immer nur ein Autofahren. Verqueren oder immer, das ist das jetzt. Hier müssen wir mal auf die, von der A8 auf die A81. Da fahren wir noch entlang. Und dann fahren wir die B31. Da ist ein Hirschlag. Kurz wie immer ran. Dann fahren wir noch 1, auf 1, auf 1, auf 1, auf 2, auf 1 метgestritte Fahrt. Ja, ja, ja. Schaut mal, du kommst! Schaut mal, du kommst! Das war ich nicht! Der hat sich einfach rüber gedrängt und halt seinen Arsch! Mann, da hab ich jetzt nicht echt so reagiert! Mist! Muss ich jetzt ja abfahren? Ne, ne? Ne, ich fahre weiter! Oder? Warte mal, warte mal! Ich fahre abfahren, das ist scheiße! Na gut, fahre mal weiter! Oder? Ne, wir müssen das Tier abfahren! Wir fahre weiter, okay! So, mh! Das ist jetzt mal wieder weiter, schon mal schnell! Na guck mal, ist in einem Flixbus hierher, die ist glaube ich über 80 und 19% Aktanteil, will ich mich nicht über... natürlich! Keine Ahnung! Ja, weiß ich nicht! Weiß ich echt nicht! So, mh! So, mh! So, mh! So, mh! So, mh! So, mh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und los, wir sind doch noch gerade aus Weiter, weiter Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 nicht mehr dass die Luftschirps haben doch ach so, ich muss noch mal gucken wir müssen mal ein bisschen gucken ich muss jetzt bei Sonnenkontrolle So, was sieht denn das wie schön aus? Als Volpern im Update sowieso, ist echt dem gelungen. Ein Hochaufteentwickler. Man muss auch mal sowas positiv werden, nicht nur negativ. Ich finde sowas muss man immer echt mal positiv sagen. Das ist, glaube ich, auch echt den Weltviertlern gelungen, dass sie so mal ein gutes Update gemacht haben, was auch sehr viel natürlicher aussieht und so. Vielleicht haben sie mal ein bisschen dran gemacht, nur Kleinigkeiten dran warte. Aber auch Kleinigkeiten können schon was verhindern, ne? Bin ich jetzt so? Was ist das? Oh, da stehe ich mit dem Ausdruckzeichner da, da ist mir jetzt nichts Gutes zu betreten. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, drei, vier, vier, zwei. Wunderbar. Die tanken erst mal in der Kassel, die Leute ausgeladen haben. Kassel hat die Leute ausgeladen, dann haben wir es heute. Wir haben die drei, zwei, zwei, drei, zwei, drei, 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 vier, drei. Das ist noch nicht. Das muss man jetzt noch mal machen. Das ist noch nicht so. Ja, so. Aber wir müssen uns einmal mal das. Ich hab das Geld geschafft. Ich hab das Geld geschafft. 2 Szenarien 15 Ich hab das nicht so schlecht damit. 9 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Ich habe das Gefühl nicht, aber wie von hier ist es? Was soll denn? Hat der jetzt recht von der Straße los? Ne, das ist noch die A5. Ja, und die A5. Und dann, hm, werden wir es sehen. Die Leute haben da, ob die drinnen schon gerne eine Baustelle. Na ja, gut. Machen wir das besser. Uiuiuiui. Da lohnt es auch die Taxifahrer. Ah, dann sagen sie wir es noch mitnehmen. Soll ich das vorher sehr mitnehmen? Ne, hab ich hoch. Ja. Ja. Ja, hallo. Ja, da wird das geblieben. Ja, da wird ich da. Ja, das geht. Ja, da ist das so ruhig, und ich bin noch ein Liegen. So... Ist es gleich die Bauchstelle vorbei? Ich hoffs. Ich hoffe, wenn es wäre. Was sagt das Radio? Stimmt ja. Na komm. Aujo. Zwei Euro Sparwoche. Viel Artikel zum Aktionspreis. Z.B. Forster Teufkümprodukte. 500 Amorten. U-30. 0,75 Liter Flasche. Z.B. 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 Das war's. Das ist ein Schaf, das ist ein Schaf, das ist ein Schaf. So, Leute, ich hab dir gesagt, Freunde, wir haben es geschafft, wunderbar. Die Freunde, die haben es recht geschafft, wunderbar. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade auf dem Lustig. Ich bin gerade auf dem Weg. Und jetzt will ich nicht. Und jetzt will ich nicht. Ich bin gerade auf dem Weg. 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 Weitere, weiter, weiter Die will auf, ne, die will weiter Okay, tschau War nie da So, wo geht's noch weiter? Okay, so, okay Wo geht's noch runter Wo geht's noch runter Wo geht's noch runter Ok, kein Offenblock, kein Offenblock, das ist Offenblock, ok, das kann sein, ok, das ist Offenblock. So, ja, nun war es mal ein Janibuschen, bis du hier so aus dem Quark kommst, was du da mit dem Quark kommst. Nein, ich wohne nicht im Platz, Gott sei Dank. Das macht immer wieder Spaß, das muss ja links, ne? Wir haben Zeit, fast noch eine Stunde. Hm, das sind fast eine Stunde zufrieden, Leute. Hm, ich bin die Schreibtruppe am besten. Wir müssen nicht tanken, danke für die Einladung, trotzdem danke für die Einladung. Puh, mir liegen jetzt noch mal in die Uhr. Ai, 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 ai. Und, wir sind da, wird auch geradeaus. An Inf Hartz. Jetzt, stellen Sie zur Zeit, jetzt lass uns diein. Oder das ist eh... Oder... Oder oder... Oder egal... Das war's. Jetzt können wir auf den Spur wechseln, wir müssen dann ja abklicken, abbiegen, äh quitschen abklicken, muss sagen wir abbiegen. Ja, wir müssen dann ja abbiegen. Es gibt Leute, die sich da noch ausstellen und kommen hinterher, na gut. So Leute, ich würde sagen, ihr könnt wieder freiwillig... Wenn ihr euch zu gut gefallen habt, freiwillig ein Abo geben. Daumen nach oben oder im Kommentar. Bis dann. Ciao.